Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Kaiserslautern. Bundesliga 2001-2002, 2. Spieltag, Kaiserslautern gegen Borussia Mönchengladbach, Ergebnis 3 zu 2. Startelf, Kaiserslautern. Koch, Koch, Hecken, Kafers, Kaisener, Kasteler, Kamin, Riedel, Linschlohn, Lokatek, Paterson, Startelf und Borussia Mönchengladbach. Stil, Ebral, Koril, Pecheletsch, Witzek, Nielasen, Haus, Vasteler, Demo, Grazans, Van, Hut, Van, Land. Das war's von Kaiserslautern gegen Borussia Mönchengladbach, 22.13 Uhr, Wetter in Freizeim, 24 Grad.